Ein Abend! So, jetzt haben wir sie zwei, die Veronika, weil ich im... Ich werde die Veronika nicht mehr... nicht mehr froh! Aber der Streusel hat auch eine sehr eigenständige Schrumpfung. Das ist ein Tapeten-Style! Wer? Ja! Sei der Janis wollte einmal verwirrt! Ich sag' nur Love, Cheryl, Love! Kennst du die Geschichte? Ich auch nicht!